Kennst du den Spruch, seit wann kommt der Knochen zum Hund? Hier kommt Goofy, der mobile Kühlschrank. Er ist klein, mobil, steuert sich selbst zu dir, noch nicht barrierefrei, aber das Modell kommt voraussichtlich im Herbst 2025 und er bringt dir, was du via App, Alexa, Google und so weiter bestellst. Die Basisversion bietet eine Dockingstation, über die Goofy sich nach der Fahrt wieder auflädt, für den nächsten Einsatz. Das Fassungsvermögen für Lebensmittel und Getränke beträgt 9 Liter und reicht für die wichtigsten Dinge, die man zum Beispiel bei einem Filmabend so benötigt. Eine weitere Version mit mehr Volumen und größerem Akku und Sprachausgabe soll ebenfalls im Herbst 2025 folgen. Der Clou, Goofy merkt sich dein typisches Verhalten und bringt dir dein Feierabendbier zum gewohnten Zeitpunkt, auch ohne gesonderten Befehl. Goofy S als Standardversion wird voraussichtlich Anfang 2025 vorbestellbar sein. Der Preis wird mit unter 250 Euro angegeben. Willst du erfahren, wenn es Neuheiten zu Goofy gibt, dann abonniere Tech & Fun und klick die Glocke, damit du eine Info bekommst, wenn es Neues gibt. Bis dann!